Lars hört einfach nicht auf zu weinen. Kannst du ihn nicht etwas aufheitern? Vielen Dank. Schau ihr, da ist das, das Gehbild von Edith. Gehbild von Edith. Hh-h-h! Sie wird einfach nicht aufs Beine. Kannst du ihn nicht etwas aufheizern? Vielen Dank! Schau dir das! Das geht nicht so, wie du denn. Das geht nicht so, wie du denn? Das geht nicht so, wie du denn? Das geht nicht so, wie du denn? Bis zum nächsten Mal.